ich habe so musik die ich glaube ich mal ausgesucht hatte wenn sie muss irgendwann auch noch mal die playlists unterteilen dass sie so eine höhlen playlist oder so haben oder für nacht und dann eine day playlist also das ist glaube ich etwas was man ruhig machen kann ich habe gerade so richtig schön düsteres lied hier gerade was eindeutig wenn in die höhlen playlist gehören würde ich glaube das andere ding der brauchte zinn und das andere ding die zentrifuge wer sich jetzt wundert warum das mit dem tippen immer so lange dauert ich muss immer halb über den tisch greifen das tastatur liegt so weit weg kupfer genau zumindest haben wir beide kein mikro direkt vor der tastatur hängen was ein ja doch auch beim aufnehmen bei manch anderen bekannteren let's play ist das ja auch immer wieder gang und gäbe behindert ja das ist wie gesagt ich habe ich benutze ein headset und okay über die aufnahmequalität über die qualität des mikrofons lässt sich streiten also ich finde es gut also ganz ehrlich ich habe ja mit dem gleichen headset dann auch geliebäugelt nur jetzt halt nicht für aufnahmen war ich daher schon diese kleine anlage hier hatte das ein bisschen equip ja so und wenn es mal bei mir im budget drin ist wird werde ich mir wahrscheinlich das gleiche zulegen weil ich finde das teil einfach mal porno danke danke das ist ja auch gestern in der aufnahme bei minecraft rüber immer so ein bisschen vom equip et cetera ppb aufs thema monetarisieren gekommen weil mich ein zustauer gefragt hat der monetarisierungspartner bin ich nicht lohnt sich nicht aber wenn würde ich natürlich machen und gleich auch vorweg gegriffen jetzt einer kommt geld geiler youtuber ich glaube das würde jeder machen geld damit verdienen ich finde es ist harter arbeit die hier drin steckt auch wenn es nur spiele sind was da alles auch hinter steckt das können sich ein oder andere vielleicht nicht vorstellen ja denn jeder send der da verdient wird auch von den großen let's plan finde ich ist ein gerechtfertigter send durchaus zumal man muss ja auch immer überlegen wenn man jetzt beispielsweise wie heute also die wenn wir wirklich über drei stunden aufnehmen wird das ein ganz schöner bearbeitungsmarathon danach ja das schneiden und alles dauert ja denn es ist ja nicht nur das schneiden ist ja auch also ich mache es ja so dass ich mir mehr oder weniger die komplette aufnahme während des schneidens noch mal ansehe damit ich auch vernünftige schnittpunkte finde und auch richtig dementsprechend namen für die folgen habe richtig ich mache sowas ja stichpunktartig und habe da anscheinend immer ganz gutes gefühl und gespür für dass ich da brauchbare stellen treffe aber im endeffekt ist das gleiche nahezu der identische aufwand ich weiß ja nicht wie sehr du sie dir anschaust aber komplett okay das heißt das heißt also ich habe wir machen nicht nur einmal die drei stunden aufnahme ich sitze auch noch einmal drei stunden daran und sichte das ganze material und schneide es dementsprechend und dann ist ja auch immer noch dass ich für eine 15 minuten folge mit meinem rechner gut eine halbe stunde an renderzeit habe das heißt effektiv werden aus den drei stunden dann mal eben kurz ja jetzt mal ohne zahl in den raum zu stellen ist das schon mal gar nicht so wenig und wenn ich jetzt überlege wie viele projekte ich derzeit ich so mehr oder weniger nebenbei laufen habe das ist manches mal ich weiß warum ich ein bisschen runter kommen möchte aber man macht es halt auch um bekannt zu werden man möchte viel abdecken und möglichst viele zuschauer noch zu begeistern wenn man klein ist ja doch durchaus aber wir sind gut kann ich verstehen aber wie gesagt jetzt bei mir ich habe ja bis jetzt immer noch dass dieses eine projekt hier laufen richtig richtig zugegeben es juckt mich in den fingern noch ein projekt anzufangen aber wie gesagt das ist bei mir alles ein bisschen aus und das ja brauchen wir noch nicht weiter darüber reden das kenne ich ja deswegen ich möchte auch ganz gerne halt in die games immer wieder dabei haben und das finde ich auch so toll weil das sind spiele wenn sie wirklich auch gut ankommen die let's place da unterstützt man die entwickler ja auch flora in der box das ist das creative modus die creative modus bienen datenbank also war es glaube ich flora ist die 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 königin richtig wie gesagt also ich werde jetzt auch wahrscheinlich nächste zeit bei mir projektmäßig so einige änderungen machen ich muss jetzt auch noch das vielen dank für die 50 abonnenten video dann auf dem die tage zumindest so kleines info video da auch eben sagen also es wird bei mir zu ja so projektmäßiger sie werde aufnahme mäßig immer so ein bisschen hin und her springen so nach dem motto jetzt nämlich jetzt komme ich gerade echt nicht auf den namen sagen frau auf so wenn die aufnahme dann durchgelaufen ist soll kommt was anderes beziehungsweise war wahrscheinlich durchlaufen aber mit edge of empire 2 wird sich don't start wahrscheinlich abwechseln aufnahmeweise da ich jetzt doch so langsam wieder lust kriege auf don't start ja wie gesagt ich habe es mal angeguckt ich habe es angezockt und ja 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 es ist lustig aber es ist jetzt nichts was ich jetzt ich fluche dabei zu viel das ist ja gar kein kupfer das ist das sind das ist ja selber das ist das falsche material ich brauche ja wie sind wir jetzt drauf gekommen ach ja monetarisieren etc pp wenn man dann sieht was die großen das stellenweise für eine arbeit und die haben ja noch mehr aber dahinter ja ja auf jeden fall wir machen das ja noch mit speziellen filtern dafür immer eigene einstellung für jedes projekt spezielle filter sich zurecht bastelt dann also die einstellung und so weiter und so fort auch publisher anschreiben und so weiter und so fort das gut das obliegt uns ja inzwischen auch schon für jedes muss man ja erstmal anbetteln genau das ist ja nicht nur mal eben so dass man dann einfach loslegt man möchte ja nicht unbedingt dass man dann so einen bösen brief vom anwalt dann auf einmal in der post hat das möchte man vermeiden aber andererseits auch stimmt es natürlich auch das ist das recht von einem pommischer und entwickler immerhin keine abspenstig machen richtig rechte müssen bewahrt werden also umso mehr habe ich mich ja so ein bisschen gefreut als der grog mit silent silent will ich schon sagen mit sim city solche probleme hatte schon hätte ich es mir gekrackt und so weiter und so fort ich habe mich fast gefeiert ja aber da sieht man es genau das ist die falsche methode was viele publisher machen das kreide ich eigentlich auch ganz gerne an weil den ehrlichen käufer macht das spielen zur hölle und den der sich runterlitt und einfach crack dem ist es scheißegal bei dem läuft es ja also ich muss auch ganz ehrlich sagen was sie da fabriziert haben ja und da kann man sagen da lobe ich mir so publisher wie der delict die sagen kopierschutz nein danke wir stecken das recht lieber in die entwicklung der spiele und hoffen dann dass die käufer so ehrlich sind es kaufen hallo fängst du auch mal an zu arbeiten oder sind hier meine ach so kein wasser mehr da drin mensch leute sagt mir doch und die glas kein wasser mehr ich habe kein wasser mehr und b da spielt die maus wieder oh gott das wäre jetzt hier wahrscheinlich tödlich irritierenderweise macht sie das immer nur dann wenn ich spontan los sprinten will präzisions arbeiten macht sie sehr gut ja ich bin ja dann auch gespannt wenn du dich da mit thumbnails mit eigenen auseinandersetzen möchtest wie die dann am ende aus weil da muss ja doch mal mit dem verhassten grafikprogramm selber hantieren ich habe mich schon mit dem grafikprogramm auseinandergesetzt als ich auf das schmale auf das schmale brett gekommen bin ich mache mein eigenen mein eigenes intro ich bin verzweifelt und nein und nein es wird keines geben ich kriegs nicht geschissen ich bin zu blöd dafür das glaube ich nicht das ist wahrscheinlich einfach nur ja übung 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 und geduld beides dinge die mir mangeln die wohnen bei meiner erziehung vergessen so kann ich das klar kann ich das komm her ob die hopper dahin knallen und ich glaube es ist gerade so ein netter spruch dazu gekommen mit das ist mit meiner erziehung vergessen worden ich weiß nicht ob ich den sagen soll für mich kurz überlegen ich glaube es ist besser wenn du sein lässt ich bin inzwischen hoch hoch hinaus auf welcher bin ich überhaupt so ein 64er stack honigtropfen haben wir schon mal ich habe ja gott sei dank vorgearbeitet mit den mit den handikums und damit gehen wir jetzt direkt mal in unseren honigraum 1234 und das heißt wir müssen noch einmal hier die charge mit den übrig gebliebenen drohnen und analysieren die mal ein bisschen damit wir mal wissen was da so für werte drauf sind klack und wir haben forest rohns species forest forest live spend shorter slowest bla 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 hier kann man halt sehen was die alles für werte haben was sie produzieren wozu sie mutieren können und zu welcher spezies spezies sie gehören also unter gruppe und das können wir mit den allen machen das selbe spiel für die medarus auch wieder alle möglichen trades so die interessanten die rocky denn die haben nämlich im vergleich zu den anderen in diesem bereich hier nocturnal flyer und cave alles yes was bedeutet dass sie einmal nacht aktiv sind dass sie in höhlen arbeiten können das heißt selbst wenn sie keine direkte verbindung soll zu einer lichtquelle haben und flyer bedeutet dass sie auch fliegen können wenn es regnet und ich sollte aufhören das ding zu zu machen wenn ich das ist doch ja so gut zack 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 interessiert mich sonst noch was für die ach ja doch die modest interessieren mich noch oh mein ich fühle mich hier oben so langsam dann doch ein bisschen unwohl auch wenn ich keine virtuelle höhenangst habe wo liegt der unterschied effekt freezing wintery slow slow flow das ist natürlich sehr schön high concentration ist auch gut flower short, slower, slowest short, slower, slowest viermal freezing viermal freezing ok wo ist der unterschied in den trades da ist keins icy ah ich sehe zwar keinen unterschied in den statistiken das heißt aber nicht dass da nicht doch ein unterschied ist ne ah so die eine sorte ist schon mal gebrütet alles klar die eine sorte ist schon mal hier unten steht nämlich äh zero generations in äh captivity bla das heißt dass die schon mal gebrütet wurden ok gut so verstanden hoppala so hoppala achja mein gott so die kommen hier erstmal rein die werden wir dann nämlich noch später brauchen die werden zwar mehr oder weniger geschreddert aber das ist ja relativ egal das heißt die wintery können hier auch wieder raus und dann brauchen wir jetzt mal hier die die schon irgendwelche mutationen haben um mal zu gucken was für mutationen sie haben hoppala hopp vielleicht kommen wir damit dann nämlich schon in die richtung mit den bienen in die wir wollen zack marshy queen oh marshy tropical was ein hybrid okay haben wir vielleicht auch irgendwas common marshy den der common ist die zweite wenn man zwei herkömmliche herkömmlich gefundene bienen spezies miteinander kreuz kriegt man common rose die man dann braucht für um weiter in den einzelnen äh stammbäumen sage ich jetzt mal voranzukommen und die hier sind schon einmal dahin mutiert da gibt es prozentuale chancen und das kann man sich alles durchlesen und ich bin da kein professor drinnen darum werde ich da nicht drüber viel erzählen ne du willst ja auch da nicht drüber promovieren also brauchst du das noch nicht wissen ne richtig richtig ich will ja darüber nicht promo oh die sind nocturnal oh klingt gut wie sind die denn wie sind die denn nocturnal geworden common modest meadows hmm jetzt bin ich aber jetzt kommt der forscher drang doch näher theorie ich brauche davon ja was ich brauche davon ja zum beispiel diese kommen ich habe hier zwei die common marshy haben und zwei die und eine die common tropical hat vielleicht kann ich mir damit einen common branch hinzimmern das wäre total cool und ich finde es immer noch schade dass der riesen baum nicht wächst den ich versucht habe an zu pflanzen echt schade schade wie gesagt ich habe geguckt ich habe nichts gefunden woran es liegen könnte das ist auch nur ein hybrid der ist auch langweilig aber theoretisch wozu haben sie die saplings eingebaut bei den bäumen wenn man sie nicht nachpflanzen kann ich kann es dir nicht sagen ja gut könnte man jetzt auch noch mal versuchen vielleicht weiß es ja einer von unseren zuschauern ja das wäre total toll warum wächst der baum von der rubberwood tree von red power 2 nicht und was müssen wir machen damit er es tut genau gebt einen kommentar ab und gewinnt unsere dankbarkeit